Kinder, Kinder, was ist denn da los? Guckt doch mal da, Mensch. Wo sind denn jetzt, was ist denn los? Macht doch mal was. Abonnieren. Handy, sei ruhig. Handy will schon abonnieren. Guckt mal bei Corrupted rein, wenn euch gefällt, macht doch mal was. Verdammte Kacke, Handy, bitte. Ja, ich bin auch ein bisschen bekannt, wäscht die Fans und so, ja. Also mit so einem, oder? Macht doch mal was. Guckt mal, mit was für Leuten der zusammenarbeitet. Du, ich hab gehört, der ist gar nicht so schlecht. Handy! Ja, sind auch nicht schlecht. Die sind gar nicht so schlecht da, die da drin. Abonniert die auch mal. Ich glaub vor allem, ich glaub, oh, Kamera, bitte. Aber Kamera, da. Ich glaube, ich glaube, die zwei sind gar nicht mal. Sieht das? Ja, jetzt sieht man's, äh, gar nicht mehr. Ne, nicht einfach abonnieren, hey. Guckt nur, wenn's euch gefällt, dann abonnieren. Ich hab keinem gespuckt, aber ihr habt's nicht gesehen, weil ich ja hinter der Kamera... Ja, äh... Also jetzt ist der dritte Achte, ja? 2.06 Uhr. Also recht früh. Also ich würd sagen, am, äh, am vierten Achten um 2.06 Uhr, oder? Das sind doch jetzt... Da steht aber hier aber 2.000, oder? Also wirklich. Dann los. Lass uns den korrobierten Corrupted nicht so hängen. Vor allem in der mit solchen Größen, ja? Oder hier. Guck doch mal. Da. Guck mal, meine Tastatur. Die leuchtet sogar im Dunkeln. Also wenn das kein Abonnementgrund für Corrupted ist, dann weiß ich auch nicht. Gute Nacht, meine Damen und Herren. ch Case 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 Taste Case 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 Ja, haha.